Doch, jetzt, das hat gereicht. Mir auch. Äh, Chaos, Wuner, oh Gott. Das ist das Betriebssystem, das sie im Land von Medieval benutzen. Dieses K-O-S. Habe ich gerade wirklich... Nein. Ich kann jetzt nicht weiterspielen. Wir müssen darüber reden. Es geht so nicht weiter. Diese schlechten Witze nehmen einfach überhand. Ich... Nein. Es tut mir leid. Es tut mir leid für alle Menschen da draußen, die ich gerade bitterlich enttäuscht habe. Und ich werde versuchen, mich... Ich werde versuchen, mich in Zukunft zu bessern. Ich verspreche es euch. Ich werde für euch da sein. Bei euch sein. Okay, dann weiter. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich es gerade besser oder schlechter... Ich habe es schlechter gemacht, oder? Ich habe es schlimmer gemacht. Es war eigentlich alles in Ordnung, aber ich... Ich kam einfach aus der Ecke und habe es schlimmer gemacht. Close Call. Oh nein! Ah, doch. Oh nein! Ah, doch. Oh nein! Was war das? Aber ich bin trotzdem am... Nein! Nein! Nein, das war es, oder? Ich glaube, wir haben jetzt noch diese letzten 23 aus der angebrochenen Lebensflasche. Ja! So, jetzt einfach hier rüber und... Boah! Hohohoho! Diese Steuerung! Oh! Diese Stelle! Ich meine, die Pilze, die da im Wasser sind, die sagen eigentlich schon alles. Das sind dieselben Pilze, die den Entwickler genommen haben, als sie dachten, es ist in einem Spiel mit dieser Perspektive der Kamera. Perspektive der Kamera. Kameraperspektive, eine gute Idee, solche Sprungpassagen einzubauen. Okay, anscheinend habe ich verfehlt. Das ist nicht XCOM hier, jetzt ist das dein fucking Ernst. Dan?